Auch dieses Jahr laden die Akzente Jugendinfo, das Jugendbüro der Stadt Salzburg und das Stadtwerk in Lehn wieder zum kostenlosen Freiluftkino im Volksgarten und im Stadtwerk Stubergasse ein. Das Programm 2016 hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Für die ganz kleinen Familienkinospecials und für die großen Filmhighlights zum Lachen, Mitfiebern, Mitleiden und Entspannen. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter entfällt das Kino im Volksgarten und wird ins Stadtwerk Stubergasse verlegt. Die 14-jährige Susanne ist mit ihrem Vater von Norddeutschland in einen kleinen Ort im Salzburger Land gezogen und lebt hier mit ihm in einem Haus am Rande des Ortes. Schon bald sieht sie die Aufmerksamkeit und Neugier der Ortsbevölkerung auf sich. Mit Recht, denn dass in Susannes Haus etwas nicht stimmt, spüren die Bewohner instinktiv. Noch nie hat man ihren Vater zu Gesicht bekommen, die Miete ist für drei Jahre im Voraus bezahlt, sie geht nicht zur Schule und verschanzt sich misstrauisch gegen ihre neugierigen und aufdringlichen Nachbarn. Das Morkitz-Sommertheater 2016 zeigt einen brisanten Krimi, fantastisch, unheimlich, unspannend. Weitere Informationen findet ihr unter www.lungaukultur.at. Mit einem Hang zum Skurrilen haben die Typhoid Marys sichtlichen Spaß daran, sich musikalisch auszudrücken. Der experimentelle Musikstil, das leicht schräger auftreten und die zweistimmigen Klänge gehen schnell mal unter die Haut. Also Achtung, Typhus haben die beiden wohl nicht, aber ansteckend sind sie alle mal. Süßer Fremdscharm, wer kennt sie nicht? Die glorios peinlichen und umso amüsanteren Tagebuchergüsse aus Teenagerzeiten, Reisetagebüchern oder einfach nur von damals? Wir haben sie. Eine peinlich lustige Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät und Kindheit. Ehrlich, berührend, schonungslos, betrübt, übertrieben, sehnsüchtig, haltlos und unverstanden. So waren und sind sie, unsere Schul- und Jugendjahre. Und so sind unsere Tagebucheinträge aus dieser wilden und unberechenbaren Zeit des Erwachsenwerdens. Es lesen Lion live aus ihren alten Tagebüchern. Durch den Abend führt Diana Köhle.